Moin Moin und willkommen zurück zur nächsten Folge auf dem Mühlenkreis Mittelland mit dem Krieger, den Max und den Paul. Wir haben uns eben noch mal kurz beraten, weil das mit dem kleinen Osus ja doch etwas mühselig ist und zwar werden wir uns den Anderson noch dazu kaufen. Den günstigen. So, den RBM 2000, der 24 Ballen fahren. Keine anderen auch 24, da stellt die anders ab, ne? Ja, den günstigen für 50.300. Ich glaube, der andere, der nimmt sie nur anders auf, oder? Ja. Der nimmt sie stehend auf und den, wo wir gekauft haben, nimmt sie liegend auf. Ist gekauft. Der Max wird mich dann unterstützen. Und danach, wenn wir mit der Ernte fertig sind und mit dem Verkauf, dann werden wir wieder gekauft. Paul, ist nicht dein Ernst. Was? Ich sag nur Ballen. Soll ich die Strohballen fahren, oder? Ja. Wo sind denn Strohballen? Auf der 82 zum Beispiel? Ja. Auf der 82? Der hat ja schon gepresst. Naja, der muss ja gepresst werden, ne? Aber auf der 73 sind auch noch welche, oder? Ja. Ja, und dann fährst du 73? Ja. Oder welcher Weg ist denn weiter? Äh, Silage. Dann fahr ich die Silage. Ja. Aber die Strohballen muss ich wieder nach, ja, nach Getreidemühle holen, ne? Ja. Ja. Und die oberen Strohballen kann dann auch Max fahren und dann kann Lucky die anderen Silageballen fahren. Genau. Also fahr ich jetzt Silage. Genau, du fährst Silage-Probe. Ist auch besser, weil ich immer zwei vorne drauf genommen habe und die Silageballen sticht. Das hat keiner gesehen. Hä, was meinst du? Äh, nix? Weitermachen. Äh, Maxi ist auch noch ein Silageballen. Ach, du fährst ja schon Strohballen, ne? Aber ich fahr jetzt rüber, oder? Ähm, das ist mir egal. Also du kannst auch, du musst ja eh Runde, du kannst auch hier kurz eine Ladung mitnehmen. Na guck, wo ist das Silageballen? Hast du schon einen abgeworfen, ne? Hier jetzt. Ja, dann mach ich doch jemand Anhänger erstmal voll. Das geht eigentlich recht zügig. Zehn Stück brauche ich, zwei nämlich mit auf der Gabel. Das war nicht die beste Idee, den MB-Truck kurz zu nehmen, um den Hänger zu holen. Du kannst auch die Gärten an der 87 stehen lassen, aber jetzt bist du ja wieder hoch, oder? Ja, ich tu das Weizen ins Silo. Das Weizen sollte nicht verkaufen. Damit verkaufe ich nichts mit dem MB-Truck. Also ne. Das kannst du gerne machen, aber ne. Ja, nicht noch gerne. Oh, Entschuldigung. Oh. Die sind angeschoben. Mhm. So. Das war eine aufregende Woche, muss ich sagen. Ja. Ja. Und, äh, wir haben für die nächste Woche definitiv viel zu tun. Ja, wir haben immer viel zu tun. Zur Zeit. Ja, es war schon mal, dass man wenig zu tun hatte. Aber mittlerweile, wo wir so viel Felder haben und auch viel Arbeit haben. Ja, wenn wir dann angesät haben, wird's glaub ich wieder ruhiger. Ja. Dann wird's wieder vielleicht ruhiger, ja. Ja, klar, weil dann müsste ich Winter erst machen. Aber wir haben ja noch das Spezialprojekt vor eigentlich. Ja. Die Holzwoche. Ja. Eine Woche Holz. Zusammen mit den Hackschnitzeln. Von der Pappe. Richtig. Ich glaube, ja. Kann man verbinden, das alles in einer Woche machen. Ich glaube es nämlich auch, denn ich kann man mal ein bisschen abwechseln. Richtig. Mach auch mal ein bisschen Abwechslung in das Projekt. Eine Runde Holz. So, 8 Ballen hab ich. Jetzt fehlen noch 2 für den Frontlader. Ich hab schon 17. Ich muss ja warten, hier ist ja noch nicht fertig. Das ist hier. Boah, ja. Dann wärst du halt erst in anderen Feld gefahren. Nee, dann hätt ich ja Leerfahrt gemacht. Deswegen bin ich ja erst hier schon hingefahren. Wir hättest auch erst den hier vom Frontlader schön hinlegen können. Und das hier schon aufnehmen können. Ja. Ja. Ich fahr auch gerade hier bei dem einen Mann rum rum, weil ich den nicht wirklich kriege. Schau, ich hab gesagt, da geht auf einen. Auf den Anhänger geht das ganze Feld drauf. Mach. Ja. Dann brauchst du noch einmal fahren. Kannst du mal kurz in den Roder. Ja, dann nehm ich den Strohball jetzt auf mit. Sonst gehst du nämlich dich auf. Da geht genau das ganze Feld drauf. Wenn ich den Strohball mitnehme. Ja, passt doch. Den kannst du auch ruhig da verkaufen. Ja. Kannst du mal kurz in den Roder kommen zu mir. Wo bist du denn? Hättest du mal lieber angesehen, oder? Da gehen schon die Probleme wieder los. Dann mach Schluss mal. Danke. Ich meinte die Handbremse. Kannst du mir mal kurz die Zeit vom Roder sagen? Oder? Ähm. Ja. Wäre richtig. 4-1. Okay. 4-1. Ja, ich schreib's gleich in die Gruppe. Ja, das ist bis das nächste Mal wieder weg. Ne. Ne, nicht in Chat in die Gruppe. Komm in die Gruppe. Mein ich ja trotzdem ist bis das nächste Mal wieder weg. Ne, ist nicht. Ja, das ist groß. Und meine ich. Ja. Schreib bei Müdegald-Mittelland rein, weil das hat ja was damit zu tun. Richtig. Hier, komm mal. Du schreibst auch noch Stunden aus. Du musst da hin, schreib Gimmel, Roder. Naja. Da fehlt auch ein F. Und was machst du? Teleborg, Roder. Kato Wiedel, Roder. Piet. Bist du Piet? Bist du Piet befreundet? Ich hab immer so'n Krampf in meinem kleinen Finger, wenn ich hier alles spiel. Du Armer. Von welcher Hand? Von der linken Hand? Links, ja. Wer ist das denn? Ja, weil der kleine... Weil der nie mit Tempomat fährt. Na, ich drück ja W, A, S, D und was will ich denn mit dem kleinen Finger? Wo ist denn der bei euch? Der links daneben. Der ist bei mir über der Shift-Taste immer. Das hab ich aus anderen Spielen doch so. Ja, weil mir kann der auch über die Shift-Taste. Aber ich brauch den hier halt im LS nicht auch mit auf. Ja, aber ich halt den halt trotzdem immer über die Shift-Taste. Ja, und das ist mein Krampf dann, wenn ich den da so halt. Ihr könnt ja auch mal versuchen, ohne Tempomat zu arbeiten. Ja, in der FSL gibt es ja auch kein Tempomat. Ich fahr ja kein Tempomat. Wenn der FSL hört man auch können. Ich war nur, wenn ich ackern. Nicht ackern. Aber dann fahr ich überhaupt gar nicht mit. Wenn ich zum Beispiel Scheibenhecke fahrt und weich er gar nicht mit. Mit der linken Hand. Das Scheibenhecke in der FSL? Ja. Neu, kommt neu dazu, ja. Neu dazu. Achso, das Season 4 dann. Scheibenhecke und Anzeigen. Wäre auch geil. Es wird auch diese Woche kein Update kommen, glaube ich. Ja, aber es müsste eins kommen, weil das neue grad... Alter! Hat's ein bisschen schlechter gemacht. Ich hänge, das gibt's nicht. Lacki hat dich eingesperrt. Echt? Leute, ihr habt's live gesehen in der Aufnahme. Der die Getreidemühle hat um Punkt 19 Uhr geschlossen. Ich hänge mit den Ballenspieß fest und komme nicht mehr weg. Ich komme nicht mehr vom Hof in meinem Trecker. Ja, du kannst das Tor auch nicht aufmachen. Ne, weil die geschlossen haben. Genau. Ja, Lacki... Ja, Lacki... Meierabend! Jo, für mich schon. Ich krieg den Ballen ab, ist auch nichts mehr zu sagen. Du kannst halt tatsächlich nicht mehr weg. Nimm den Onimar. Das bringt dir ja nichts, wenn du den Ballenspieß rausbekommst. Lacki, du kannst ja unter Scham oder Kerst einfach wegfahren, weil du kommst da ja jetzt nicht raus. Genau. Da gab's noch eine zweite Ausfahrt, kommt man da nicht raus? Ne, der ist auch zu. Ist auch ein Tor? Ja, ich hab grad schon geguckt. Ich hab aber auch nicht drauf geachtet hier... Das Problem hatte ich auch schon mal. Ich wollte Premium-Kartoffeln verkaufen und dann war das Tor zu. Da war ich zwar nicht drin, aber ich war draußen. Ja, das ist immer ein bisschen... Ja, genau wie mit den Blitzern. Ja, nein. Die Blitzer, die sind immer... Die sind ja jetzt nicht... Das war ja toll, wenn das so... Wenn die Blitzer nachts aus werden, dann würden wir nur noch nachts die Aufnahmen aufnehmen. Das war ja nicht. Das wär nice. Oh, 65, der Glitzer. Ja... Wie gesagt, 30.000 Euro. Nein, ich hab gebremt. Ich hab nichts verloren. Ihr könnt's in der Aufnahme sehen. Nein. Können wir dich. Lacki schmeiß die Aufnahme weg, weil er hier im Grab hängt. Ja. Wo bist du denn jetzt mit deinem Unimo? Kann ich jetzt da weiterfahren? Ja, du kannst weitermachen. Dann geh mal los. Aber mach silageballen. Und Paul, du musst auch silageballen pressen. Ey, Lacki, ich kann schweben. Wow. Und welcher, wieso warst du denn der hier? Und der hier? Ist die noch voll? Ja, der ist noch der Rest von dir. Alles klar. Warum hast du denn den Aufbau beim Unimo wieder weggemacht? Ja, weil das war ja so besser auch schon. Wo steht denn der T7? Auf dem Hof. Der steht neben dem MB Truck. Also hier liegen noch zwei Beinen. Und der Hänger steht auch nebendran. Ja, das ist ich. Max, willst du Ballen fressen? Dann kann ich, ähm, den Kartoffeln anziehen anfangen. Ich, ne. Oder willst du... Ich will keine Ballen fressen. Weißt du, was du machen willst? Oder kannst? Ich, ich, ja, ja. Ich weiß das schon. Auf welchem Feld warst du denn nicht, Max? Auf keinem. Aber auf das eine dahinter. Es gab das Stromfeld, als ich vorhin dran vorbeigefahren bin. Die 65 bräuchten wir noch. Ja, aber ich hab jetzt ja die 65. Ja, das ist der andere Grasvide. Da müsste aber Paul erst sein. Die 68. Ja, keine Ahnung. Ja, weil ich hab jetzt ja zwei Silageballen drauf. Ist die, ist die 87 leer? Das, ja. Das ist komplett leer. Aber das lohnt sich ja nicht, Sto aufzuladen, weil wir es ja nicht mehr kaufen können. Richtig. Deswegen, äh, hab ich gefragt. Also ich fahr jetzt gerade zu Dings. Ja, dann komm ich da auch hin. Ja, dann komm ich da auch hin. Da werden wir nicht mehr viel schaffen in dieser Folge. Aber, äh, ich fahr da auch mal hin. Ja, gut. Wollen wir spulen? Oder wollen wir die Zeit auf Null und dann zur Nacht alles an? Oder zumindest die Kartoffeln noch zur Nacht ansehen? Ja. Ey, Krieger, würdest du... Ja, komm runter. Ja, komm runter. Doch nicht. Nur, nimm doch einfach die rechte Maustaste und fahr den rein, runter, keine Ahnung. Da ist dein Rohr da. Ich such mal den geeigneten Platz. Wo ich meinen Mb-Trak hin. Was? Mb-Trak. Kannst nicht vergessen, das Ding. Da. Ja, der Stil sieht man nicht. Das haben wir klein. Aber ich muss mir da jetzt einfach ein paar breitere Reifen brauchen machen auf den Mb-Trak. Sonst nehme ich keinen Mb-Trak. Nee. So, darf ich dein Gewicht nehmen, Lucky, oder nicht? Kannst du machen. Das liegt da im Dings. Da bitte auch wieder da hinlegen, im Regal. Ja, mach ich. Meinst du aber da auch. Ja, ich würde auch vorschlagen, wir tun immer die Gewichte dahin, wenn wir die abkuppeln, damit alle wissen, wo die Gewichte sind. Bist du schon da, Paul? Ach, du ist hinter mir. Ah, jetzt wäre ich da nicht rankommen. Doch. Oh, oh, oh. Okay, das könnte ich nicht aufschneiden. Ja, das gehört nicht zu unserem Boot bestimmt, ne? Ja. Ja, wahrscheinlich. Wir haben viel Spaß mit dem Strohballen. Ja, jetzt haben wir einen Strohballen hier. Ja, ist egal. Den verkaufe ich mit bei der Silage. Den habe ich ja vorhin auch gemacht. Ja, einen Strohballen jetzt, dafür brauche ich jetzt nicht direkt. Also so schnell brauchst du nicht fahren, Lucky. Ja. Ah. Also Zeitrohcash herrscht hier tatsächlich nicht. Ich habe Überbreite mit dem. Habe ich gerade gemerkt. Nicht wirklich. Kann ich noch was vorbereiten, aber... Ja, du brauchst halt einen Traktor. Also... Ja, der ist leider ja eingesperrt. Ähm... Aber die Folge ist eh gleich vorbei, also... Ja. Machen wir hier mal eine Minute Zusammenarbeit hier. Wie schnell fährst du? 5 kmh. 5 kmh. Ah ja. Paul immer noch beim Prä... Ne. Ja. Aber er hat auch viel gemacht, ne? Also 3 Wiesen und 2 mal Stroh, ne? 3 mal Stroh sogar. 3 mal Stroh? Mhm. Mhm. Ja. Also 6 Felder hat er hier auf Essen, ne? Das Stroh ist da mit 20 drüber gefahren. Ja, das Stroh ist Kien. Ich hätte gesagt, wir verkaufen den Euros jetzt gleich, weil er uns nichts mehr bringt. Aber ne. Wollen wir denn zum Shop fahren? Ja, aber das kriegen wir ja nicht raus, du Witzbold. Ja, schon. Ja, aber am Shop bringt's nicht mehr, soweit ich weiß. Doch, klar. Am Shop verkaufen bringt mehr bei den Fahrzeugen. Eindeutig. Ja, hat's mal gehießen, aber irgendwie... Nein, wir haben das Haus verkauft. Lucky. Der hat dann mehr gebracht. Ja, der hat voll viel noch gebracht da. Also, am Shop verkaufen bringt wirklich mehr. Okay. Warum haben wir eigentlich... Ach, wir haben... Ja. Was haben wir? Äh, wir haben ja schon wieder Silage verkauft. Deswegen haben wir so viel Geld. Silage und Stroh, joa. Ne, das hört man normalerweise mit dem Tiefenlockerer. Was ist mit dem zweiten Tiefenlockerer? Habt ihr den schon verkauft? Nein, noch nicht. Äh, mit dem dritten, meinst du? Der dritten, ja. Der dritten, ja. Den kleinen. Wird auch verkaufen wieder. Ja, den kann man auch so verkaufen, der bringt eh nix. Der Ursus würde so 28, 608 verkaufen bringen. Aber ich muss das Spondgewicht herunter machen. Hm. Weil, wenn ich hinten was bearbeiten will, bräuch ich kein Spondgewicht. Nein. Die Schwarze ist ja halt auch immer größer, ne? Ne. Kommt schneller bei raus. So, Leute. Ich würde sagen, wir beenden die Folge. Schaut nächste Woche wieder rein. Hier auf den Mühlenkreisen Mittelland. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr das Projekt noch nicht kennt, dann ist die Playlist verlinkt in der Videobeschreibung. Sprich, ihr könnt nochmal die ersten Folgen gucken, wie alles begann hier. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonnieren kostet nix. Und denkt dran, Sonntag 12.15 Uhr auf Dreisternhof, mein Singleplayer-Projekt, hier auf dem Kanal. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.